Das, was die bekannte Taucherin Christina Cenato hier vor der Kamera vorführt, ist sicher nicht alltäglich. Sie hat sich vor der Küste der Bahamas in eine Gruppe Riffhaie begeben und, so sieht es jedenfalls aus, tanzt mit den Tieren. Auf dem Video ist zu sehen, wie Cenato langsam um die eigene Achse rotiert, während sie von mehreren Haien umkreist wird. Der Tanz ist Teil eines Kurses, mit dem Cenato ihren Schülern beibringen will, sich in der Gegenwart von Haien richtig zu verhalten und Vertrauen zu den Tieren zu entwickeln. Bei ihrem Tanz besänftigt die Tauchlehrerin die Haie auch mit Futtergaben. Nach eigenen Angaben hat sie mittlerweile eine echte Beziehung zu den Unterwasser-Lebewesen entwickelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020